Ambient Mode – Grundfunktionen Verleihe deinem Wohnraum ein stimmungsvolles Ambiente mit dem Ambient Mode des The Freestyle. Dort findest du verschiedene Möglichkeiten in unterschiedlichen Rubriken. In der Rubrik Beleuchtung findest du thematische Grafiken. Auch in der Rubrik Szene kannst du eine gewünschte Ansicht auswählen. In der Rubrik Cinemagramm befinden sich animierte Motive. Wähle unter Prisma eine der Animationen aus, um zum Beispiel auf Partys für eine sich verändernde Hintergrundbeleuchtung zu sorgen. Verwende Prisma auch, wenn du den The Freestyle nahe an einer Wand platzierst, um nach Aufsetzen des Objektivdeckels Beleuchtungseffekte zu erzielen. Bei den Ambient Bildschirmoptionen legst du fest, nach welcher Zeit im Ambient Mode der The Freestyle in den Sleep Mode wechseln soll. Drücke einfach auf die Auswahl-Taste, bis die gewünschte Zeitdauer ausgewählt ist. Schau dir auch unsere anderen Hilfe-Videos zum The Freestyle an.